Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, Jack the Ripper. In der letzten Folge haben wir unser Telefonat hier geführt und der meinte, hier liegt irgendwo ein... Ah ja, hier, ein brauner Umschlag, hier ist er doch schon. In diesem Umschlag sind einige Dokumente, mal sehen. Spring Hilley Jack, der Schrecken von London, fiktive Figur, 1837 erstmals erwähnt, wird mit mehreren nicht aufgeklärten Überfällen und Einbrüchen in London und anderen Teilen Englands in Verbindung gebracht, Beschreibung teuflisches Aussehen, Fledermausflügel, Hörner, blaue Flammen aus dem Mund und oder den Augen und so weiter, Erkennungsmerkmale aller Augenzeugen berichten übereinstimmt, dass er zu übermenschlichen... Ähm, jetzt bin ich verrutscht, übermenschlichen Sprüngen imstande ist. Fazit. Spring Hill Jack ist mittlerweile zu einer wahren Legende unseres Jahrhunderts geworden. Seine Faszination geht nicht nur von seiner teuflischen und fantastischen Aura aus, sondern auch von der Tatsache, dass er nie von der Polizei gefasst wurde. Wichtig! Während der Angriffe auf die jungen Frauen Lucy Scales und Jane Aslip konnten die Zeitungen, die über diese Ereignisse berichteten, Rekordauflagen verkaufen. Daher ist Spring Hill Jack im... Der immer wiederkehrende Held von billigen, fantastischen Publikationen im Theaterstück. Dieses Thema lässt die Kassenkrieg. Okay, ich frage mich, warum sich Bulling so intensiv mit der Legende um Spring Hill Jack beschäftigt. Der Schrecken von London, Spring Hill Jack, der Phantommörder, die Klinge des Metzgers, der Whitechapel-Metzger, Jack the Ripper, der Schlechter von London, der Blutdurstige, der blutige Sensemann. Okay, das sind Namen, die er jetzt wahrscheinlich den Mörder nennen soll. Mr. Charles Moore, ich danke Ihnen für dieses Lebenszeichen des Whitechapel-Mörders. Wir müssen aber noch die Echtheit prüfen. Übergeben Sie den Brief ohne meine Anweisung nicht an die Presse. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Verschwiegenheit. Wir werden das nicht vergessen, Inspektor Ebelein. Aha, was ist denn hier los? Eine Information über den Morde, die ausschließlich der Polizei übergeben wurde. Ohne die Presse mit einzubeziehen, das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich zur Polizeistation gehen, um mehr darüber zu erfahren. Also, was noch? Tom, wegen des Briefes, da sich Inspektor Ebelein bedankt hat, nehme ich an, dass sie den Köder geschluckt haben, auch wenn sie etwas skeptisch waren. Darüber hinaus müssen wir auf alles gefasst sein, falls er wieder zuschlägt. Wir sollten auf jeden Fall diesen Briefwechsel aufrechterhalten. Und so werden wir zu gemachten Männern. Wir werden die Informationen aus erster Hand erhalten und damit Geschichte schreiben. Aber halten Sie sich zurück. Ich weiß nicht wirklich Bescheid. Und Sie werden als Erster daran glauben müssen, falls es Probleme geben soll. C.M. Was hat das zu bedeuten? Ich habe alles unter die Lupe genommen, aber von Bulling fehlt jede Spur. Er hat sich bestimmt in sein Hauptquartier davon gemacht, das Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Okay. Achso, kann ich auch gleich so machen. Jedes Mal vergesse ich das. Whitechapel? Äh, Polizeistation. Oh, dann ist doch da wieder dieser eine komische Horst, der da rum sitzt. Oh Gott, der redet so langsam. Auf zur Polizeistation. Jawohl. Auf zur Polizeistation. Ich würde mich gerne. Kommen Sie, kommen Sie. Wieder zurück. Hier, Herr guter Mann. Der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Äh. Was? Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten? Und wie Sie glücklicherweise an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe. Und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Verhandlung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Aha. So, wird es alles genannt, ja? Und ich muss Sie bitten, Sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Hm. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Klar, ich darf halt einfach in die Unterlagen immer mal reingucken. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als Sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass Sie auf der rechten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in eine Ginger-Ell-Fläsche aufbewahrt und damit zu schreiben. Aber es ist geronnen und fest geworden, sodass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird es wohl auch tun, hoffe ich. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn ich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. Pässe, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Arzt. Haha, okay. Ja, Inspektor Eberline. Ich weiß jetzt, wer den Lieber-Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberline erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Spring Hill Jack dazu inspiriert, eine Legende, um den Whitechapel-Mörder zu strecken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Skbibi anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Ja, ich denke auch, weil die rote Tinte, seine rote Tinte, das ist schon sehr offensichtlich. Warte mal, wo war das Westpässe? Okay. Ja, du hast gesoffen, was du gibst zu? Oh, na Mann, ey. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Alter. Das ist heute jetzt hier eine heiße Angelegenheit, ey. Ganz gefährlich. Uh. So. Komm her, da. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat, ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit Lieber Boss und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springfield Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt. So wie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squaby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squaby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohungen an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Nimmerwiedersehen. Nein, der ist also pisst. Soll ich jetzt nach Bluto gehen? Okay. Ja, Sir. Nein, du nicht schnuckl. Hey, sind Sie nicht der Gasmann, nach dem Bluto sucht? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Nein, ich bin das nicht. Okay. Schnell zur Polizeistation Watson. Wir sind nah am Ziel. Squiby wird uns verraten, was er über Tumble Tee weiß. Jetzt aber ruhig. Squiby, nicht mehr im Gefängnis. Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumble Tee zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumble Tee ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben, um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrenzt. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen gelehrt und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bäh! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern, habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Das ist ein bisschen kranker Schuss. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechte mit Blutung begleiten und dann verschwinde ich aufs Land. Aber er ist in irrenmühen. Wird da hin geblüht? Was passiert hier nicht, glaube ich. Okay, ich finde ich nicht. Was geht, was ist denn los? Boah, Leute. Was? Alter, was? Alter, was ist das jetzt hier losgekommen? Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Okay. Oh, jetzt mal ehrlich. Sag mal, fegt der da immer? Die Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Ist das dein Ernst? Alter, fegt der da den ganzen Tag oder was? In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumberty, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Das werde ich tun, finde ich. Hä, was ist denn hier? Stimmt, da hat der Brut. Genau, Watson, das ist hier voll gefährlich jetzt gerade. Langsam mal stehen. Okay. Puh. Okay, ich gehe rein jetzt. Geil. Ja, weißt du, das ist geil. Ich wollte da jetzt rein. Hä? Wieso brauchst du denn jetzt Informationen? Ich denke, ich soll da rein. Was? Bist du doof? Ich denke, die Tür ist offen. Was denn für Informationen, Leute? Was will der? Hm. Keine Ahnung, ich kann hier... Oder habe ich hier die falsche Tür? Nee. Keine Ahnung, was hier los ist. So. Verleger. Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Ja, ich würde gerne rein. Wer hat doch gesagt, ich kann nach oben gehen, die Tür wäre offen. Oder nicht? Hat das jetzt falsch gemacht? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich brauche Informationen. Ich kann doch aber nur jubeln. Hä? Oh. Oh, okay. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Aber natürlich. Ich vergesse nie, was ich hier tun würde. Soll ich das jetzt ausmessen? Okay. Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Ach. Achso. Festhalten. Gut. Schuhe gesagt, du wirst es schuhen. Ja, wie geht es weiter? Was habe ich denn hier gesehen? Das ist ja eine gute Frage. Das sehe ich gerne noch. Das ist kein Wasser. Was? Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut. Können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Äh, ja, wir können jetzt reingehen, würde ich mal sagen. Gott, ey, du stehst echt immer im Weg. Okay. Ich habe immer noch kein Spiel gewählt. Wurde auch nicht besser. Scheiße. Um mir zu nachzuurteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Scheiße. Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Ah, schön. Mal sehen. Fünf Verriegelungen mit jeweils einer sechsstelligen Zahlenkombination. Ja, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wissen muss, wann hier irgendwo der amerikanische Krieg ist, gewesen ist. Ist das dein Ernst jetzt? Ich gebe das jetzt hier einfach ein, Leute. Ich habe, ey, jetzt mal ohne Flachs, ich habe keine, aber wirklich. Oh, ey, nee, Leute. Boah, nee, 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 da beschäftige ich mich jetzt gerade noch nicht mit. Oh, Gott, nee. Da muss ich erst mal recherchieren. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Das müssen die Fußabdrücke von Squiby sein. Er hat TumbleTee geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Gut. Okay, ich, äh... Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, weil eine Fortsetzung unserer Beziehung sowohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Daher muss ich wieder zu der Art von flüchtigen und körperlichen Liebe zurückkehren, bei der man sich mit ein paar Münzen für die jungen Männer immerhin Frieden und Anonymität sichert. Die Gefühle, die ich mehr und mehr für dich hege, machen mir Angst und ich möchte dieser Leidenschaft lieber nicht folgen, weil ich fürchte, dass sie mich sonst in Gänze verschlingt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder in einem der Orte, wo sich solche Männer wie wir treffen. Ich weiß, dass du diese Orte oft besuchst. Du verheimlichst ja nichts. Was mich angeht, so denke ich, dass ich mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Töchtern verbringen werde, um wieder zur Ruhe zu kommen und ich hoffe, dass ich unsere leidenschaftlichen Begegnungen für immer vergessen kann. Lebe wohl, Schatz. Okay. Mein lieber Francis, völlig ungeachtet unserer gemeinsamen Vergangenheit, schreibe ich dir heute als ein Freund. Durch einige Bekannte habe ich von deinem neulichen Problem mit dem Gesetz erfahren. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise mit den Wilden Westen vergleichen, aber auch hier lebt man nicht immer ungefährlich. Deine Neigung für junges Gesindel wird dir noch irgendwann große Probleme bereiten, egal ob nun im Gerichtssaal oder in einer anderen dunklen Seitengasse. Ein Mann deiner Klasse und deines Vermögens muss sich nicht in schäbigen Schuppen aufhalten und seine Waffe überall mit hinnehmen. Um Partner zu finden, muss man keine Gewalt anwenden, außer man mag diese Gewalt. In gewisse Kreise, in denen wir früher verkehrt haben, stehen dir immer noch offen. Nutze diese gesunde und anständige Gesellschaft, anstatt dich mit diesen armen Burschen zu erniedrigen. Und, oh Gott, wirf diesen unsäglichen Koffer weg. Wer weiß, was die Leute, denen du seinen Inhalt stolz präsentierst, darüber denken und sagen. Der Mann, den du einst geliebt hast, hält. Dieser Dr. Tumble Tee fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Gruselig, gruselig, aber okay. Verstehe ich nicht, wie sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtsmäßigkeit dieses Krieges hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in einer typischen Pose hingestellt und gerufen. Wicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Wir haben alle geklatscht. Selbst Lincoln höchstpersönlich hätte ihn wohl applaudiert. In den dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote und dann auch noch unser geliebter Präsident. Ermordet von diesem Feigling ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gatsby und Gettysburg. Die Tapfer fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Wicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 im Apo-The-Mox-Court-Haus die Kapitulation unterzeichnete. Okay, das sind auf jeden Fall alles Hinweise. Als dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Wicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Der Wicksburg. So, Leute. Ich mache hier erstmal wieder Schluss und ja, ich hoffe, dass es euch diese Folge gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.